Okay, was kommt jetzt? Lava? Okay. Ah, ja, diese Minen oder Bergarbeiter. Ich glaube im dritten Teil war das? Oder im zweiten Teil? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war der jetzt auf jeden Fall schon mal dabei. Der Eggman hat dann dieses komische Bohrgerät da gehabt und alles zum Einstoß gebracht. Nämlich recht erinnert. Auf jeden Fall ist das ein altbekanntes Level. Ja, ja, die komischen Viecher da in den Steinen sind auch wieder dabei. Na? Ja, gib her die Ringe. Jawoll. Nein, 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 nein! Oh, äh, extra Leben, ja. Den sind wir. Oh, 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 oh. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Sehr schön. Und noch mehr Dinger. Jawoll. Und weiter geht's. Nein. L histories. Wacht um. Boah, boah, boah. Feine an die Lover. Los. Und schon ist da das passiert. Darmw auch der Axt. Ah, da oben. Und abwärts. In andere Richtung. ja genau das denke ich war das war meine ich werde schon wieder so hektisch ruhig bleiben wenn wir weg sind können wir hier ein paar ränge wieder einsammeln weiter oh scheiße man oder haben wir wieder alle verloren nein 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 toll die kommen jetzt hoch das ist doch toll das stink kommt nicht runter die kommen nicht hoch ach ach nein vielleicht auch hoch kommt man nicht toll und nun zum anderen weg das ist das ist nur weiter runter vielleicht ist es jetzt wieder runter und weiter entfernt ist ich hoffe es ich bin nach oben jetzt vorsichtig ja super wó 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 w vær sch Oh, 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 oh. Ich sehe da ja mal DAS. Oh, sehr schön. Er ist immer ein wenig vor dem Lava geschützt, das, Mann. Doch ist zumindest. so lange wieder schön definieren sollte man das alles ja gott das wäre jetzt wieder in die hose gegangen na gut ja shit, das ist voll weg mir ok, ohne stein weiter ja shit ja shit Tschüss, Nessie. Boah, das war knapp. So lange du das Feuer fällt hast, kann nix passieren. Ich vergesse jedes Mal, dass ich das habe. Ich kann mir da einfach durchlaufen. Und dann... Großfuß unterwegs. Trophäe ohne jede Spur. Okay. Wenn du meinst... Ich bin aber der Meinung, wir lassen doch braunige Spuren hinter uns. Scheiße. Schon wieder sowas. Das extra Leben nämlich noch mit. Los, 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 weg, 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 weg. Oh nein. Oh Gott, yes. Das... Nein. Wah. Genau. Okay. Mehr vorsichtig heute. Nein, mein Feuer steht. Mist! Aber dafür ein extra-Lieb. Okay. Oh, die Tops sind schon blöd. Nein, nein, nein! Ja. Mach weiter. Nein! Nicht aufregen. Nicht aufregen. Was? Ich kann sagen, warum bin ich so langsam? Naja, wir haben wenigstens acht Leben bekommen. Also, das heißt ja, acht Leben eben bekommen. Wir haben ein Leben eben bekommen. Egal. Feierschutz. Ja, 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 sogar. Was ist ein Leben? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Also, das ist das. scheibenhonig das kommt noch mal weiß nie wo die spitzen dinger ich kann das ding nicht hatte ich hätte es ihm bekommen oder was man einfach nur glück weil ich und verbunden was er beschädigt sich selber müssen wir erst die schutz mann ja ja müssen dass er sich selber selbst ja jetzt können wir ihn zerstören Boah, 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 boah. Ja, es kommt gut. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh, oh, oh. Ach, gescheit. Puh. Das ist super. Und weiter geht's. Wow. Was für ne Mine. Nein, nicht zerdrücken. Muss nicht zerdrückt werden. Vorsichtig, vorsichtig. Das hat ja viel gebracht. Vorsichtig. Ach so. Vielleicht bewegen wir das Band. Okay, da geht's nicht lang. Dann in die andere Richtung. Oh Gott, vorsichtig. Nein! Scheiß Raupendinger. Das extra Leben. Toll, es ist ins Wasser gefallen. Verdammt. Das extra Leben überlebt die Lava nicht, aber dieser Stein. Das extra Leben hat sein Leben gegeben. Hahaha. Vollverkommisch. Ich weiß. Das extra Leben hat sein Leben für uns gegeben. Das extra Leben hat sein Leben für uns gegeben. Hahaha. Hhhhh. 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 Hör auf zu spucken, ja. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. like Síkırkisch. Hör auf. Es ist frohes Schuss. Ich soll euch wieder einiger Arm. Oh Gott. Ganz schnell. Das ist frohes Schuss. W именно sch commit. DeBox nicht will das mal. Das ist dann auch noch nett. Vorsichtig. Ich hab schon gedacht, ich knall an die Stacheln. Okay. Ah Mist, da kommen die ran. Vorsichtig. Nein. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das war... Schau, aber dafür haben wir das hier. Na ja, wenigstens würde ich zerquetscht werden. Ja, gewonnen. Nein. In die Special Area will ich nicht. Hau ab. So. Und tschüss Nessie. Spire auf. Und... Und... Oh, 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 oh. Au, 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 au. Verdammt. Das Ding hat er uns eingequetscht. Oder wer? Ah. So wie diese blauen Dinger. Blauen Ringe. Na... Na, na, didy! Nop. Nop. Oh. Scheiße! Boah! Ja, hoch! Naah! Komm schon! Komm! Und jetzt! Der Schwung reicht nicht! Mach mir das so! Nein, nein, nein! Lass mich los! Lass mich los! Ah! Ne? Ne, da kann man nicht durch! Mist! Hä? Wo kommen wir jetzt hin? Oh oh! Achtung meine Güte! Was ist denn das für ein Roboter? Ein Roboter, der auf einen Roboter-Kiefer reitet? Und so einen riesen Morgenstern-Schleuder! Eggman, deine Roboter sind echt geistesgestört! Na ja! Kein Wunder! Sind ja auch deine Roboter, Eggman! Ah! Ah! Okay, das war blöd! Nein! Nein! Ah! Komm! 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 Und wieder einer weniger! Tja Eggman! Tja Eggman! Der Roboter-Schal wird immer weniger! Mal bist du dran! Darauf kannst du Gift nehmen! Vielen Dank.